Ich bin Anita Farke und spreche die Exoter Blog News. Solingen, Tatverdächtiger, sollte abgeschoben werden. In Solingen sorgte ein Vorfall für große Aufregung, der sowohl die lokale als auch die nationale Öffentlichkeit in seinen Bann zieht. Ein Mann, der wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an einer schweren Straftat im Fokus der Ermittlungen steht, sollte ursprünglich in sein Heimatland abgeschoben werden. Die Umstände dieser geplanten Abschiebung und die damit verbundenen politischen und sozialen Implikationen werfen Fragen auf und diskutieren die Herausforderungen im Bereich der inneren Sicherheit und des Ausländerrechts in Deutschland. Der Tatverdächtige steht im Verdacht, an einem schweren Verbrechen beteiligt gewesen zu sein, das die Bürger von Solingen zutiefst beunruhigt. Gemäß den Berichten der Ermittlungsbehörden seien schwerwiegende Beweismittel gegen den Mann gesammelt worden. Es wurde darauf hingewiesen, dass der Verdächtige bereits zuvor mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. Dies eröffnete eine Debatte über die Fragen der Zuwanderung und Integration von Ausländern in Deutschland. Quellen berichten, dass der Mann, der aus einem Nicht-EU-Land stammt, über einen Aufenthaltstitel verfügte, der jedoch aufgrund seiner kriminellen Aktivitäten infrage gestellt wurde. Die ausländerrechtlichen Bestimmungen in Deutschland sehen vor, dass straffällige Ausländer in bestimmten Fällen abgeschoben werden können. Die Entscheidung der Behörden hatte bereits zu Protesten in der Zivilgesellschaft geführt, die um die Rechte des Mannes besorgt sind. Kritiker der Abschiebepolitik äußerten sich besorgt über eine mögliche Ungerechtigkeit, da die rechtlichen und menschlichen Dimensionen solcher Entscheidungen oft in einem Spannungsfeld stehen. Verschiedene Organisationen für Menschenrechte betonten die Wichtigkeit, individuelle Schicksale und die Menschenwürde nicht aus den Augen zu verlieren. In einer Stellungnahme wurde betont, dass jede Abschiebung auf soliden rechtlichen Grundlagen beruhen müsse und nicht aufgrund von Vorurteilen oder Mangel an Mitgefühl erfolgen dürfe. Der Fall hat auch das Interesse von Politikern geweckt. Einige Politiker forderten in der Öffentlichkeit mehr Transparenz über die Natur der Verbrechen, der die betreffende Person beschuldigt wird. Dabei wurde besonders die Notwendigkeit hervorgehoben, die Bevölkerung über Sicherheitsfragen zu informieren, ohne dabei in eine Generalisierung aller Ausländer zu verfallen. Ein Sprecher der Stadtverwaltung soll betont haben, man wolle auf die Sorgen der Bürger eingehen und gleichzeitig rechtlich korrekt handeln. In den sozialen Medien entbrannte eine Diskussion über das Thema, viele äußerten sich empört über die vermeintliche Schutzhaltung des Verdächtigen. Während einige Nutzer eine strengere Abschiebepraxis forderten, wiesen andere darauf hin, dass die gesamte Situation durch die Kriminalisierung von ganzen Bevölkerungsgruppen nicht zu lösen sei. In besonders emotionalen Debatten wurde der Finger auf die Probleme der Integration gerichtet und diskutiert, wie Gesellschaften mit Kriminalität umgehen sollten, insbesondere wenn sie von ausländischen Mitbürgern ausgeht. Der Fall in Solingen ist ein weiteres Beispiel für die komplexen Herausforderungen, mit denen die deutsche Gesellschaft konfrontiert ist, wenn es um das Zusammenspiel von Sicherheit, Integration und Menschenrechten geht. Experten machen deutlich, dass es an der Zeit sei, die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu überprüfen und möglicherweise neu zu gestalten, um gerechtere Ergebnisse zu erreichen. Bei den letzten Entwicklungen bleibt abzuwarten, wie die Behörden reagieren werden und ob die geplante Abschiebung tatsächlich realisiert wird. Die Diskussion um die menschlichen und rechtlichen Aspekte dieser Entscheidung wird sicherlich weitergehen. Autor Anita Farke, Sonntag, 25. August 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.